Hallo, mein Name ist Silvia Meissner. Ich bin seit 35 Jahren bei der Edeka beschäftigt. Seit 2011 bin ich in diesem Markt hier bei Frau Hasse als Marktleiterin tätig. Ich stehe hier jetzt vor unserem Spirituosenregal, wo wir einige ostfriesische und hiesige Spezialitäten anbieten. Das Besondere an diesem Markt, der 2016 renoviert wurde, ist, dass wir die plattdeutsche Sprache mit einbringen. Das sieht man auch an der Werbung oder wir bemühen uns auch mit der plattdeutschen Sprache unsere Kunden zu bedienen, sofern es gewünscht ist. Moin, mein Name ist Karin Flores. Ich bin seit ca. 16 Jahren jetzt bei der Edeka beschäftigt, seit 5 Jahren bei Frau Hasse und es gefällt mir hier sehr gut. Ich bin unter anderem zuständig für Warendisposition, auch in Vertretung im Backshop, an der Kasse und es macht mir eigentlich überall sehr viel Spaß, weil hier eine unentwegte tägliche Herausforderung stattfindet. Das Besondere an diesem Laden sind diese wunderschönen hellen Räume. Es ist alles umgebaut worden, damit unsere Kunden auch breite Gänge haben, die vorher nicht da waren. Der Platz gegeben wird auch für ein Zwillingskinderwagen zum Beispiel, wie man hier sieht. Ja, und wir würden uns freuen, wenn Sie hier mal reinschauen, wie Broten und Platt, das ist ein neues Konzept der Edeka, regional bestimmt. Ihr kann dort Open Beatsche Broten, viele können das hier sehr gut. Ihr kann aber Open Beatsche Verstarren, aber Open Beatsche Broten. Kommen Sie doch einfach mal rein. Open Beatsche Broten Open Beatsche 9334